Die Sparkasse ist für uns als Stadtgemeinde Amstetten sehr, sehr wichtig und nicht nur in der Stadt, sondern auch in den Ortsteilen in Allersdorf, Ulmerfeld, Hausmeening, Neufurt. Es ist eine Bank für die regionale Geldversorgung. Da ist sehr, sehr viel Vertrauen in der Bevölkerung drinnen. Meine Mitarbeiter und ich betreiben im Stadtbereich Amstetten zwei Standorte, das ist die Stadt Amstetten und die Filiale in Allersdorf. Der Vorteil ist der, dass sie die Kunden entscheiden können, an welchen der Standorte sie beraten werden möchten. Am Standort Allersdorf werden circa 2.300 Kunden betreut. Wir bieten unseren Kunden in Allersdorf die breite Palette, einer modernen Bank von Finanzierung bis Veranlagung. Als Untergründungsauftrag ist uns der Wohlstand unserer Kunden sehr, sehr wichtig. Deshalb bieten wir unseren Kunden Checkgespräche an und nehmen uns deshalb besonders viel Zeit dafür. Amstetten ist in Bewegung und ich denke, die Sparkasse ist auch in Bewegung. Wir kooperieren sehr, sehr gut und bei jeder großen Sportveranstaltung ist die Sparkasse mit dabei und es gibt auch einen wunderbaren Sportauftrag. Ich denke da an die City Games oder den Kinderhilfelauf. Also man tut auch Gutes im sozialen Bereich. Wir unterstützen und fördern soziale, kulturelle und sportliche Aktivitäten. Mein persönliches Highlight ist der jährliche Weltsporttag. An diesem Tag bekommen unsere kleinsten Kundengeschenke. Uns liegen die Allersdorfer Kunden sehr am Herzen. Ich wünsche der Sparkasse und dem gesamten Team 3Gs viel Glück, Gesundheit und ein gutes Wachstum. ich wünsche die